Hallo Leute und herzlich Willkommen zum dritten Türchen des Minecraft-Advents-Clenders Und ja, ich habe mir heute eine gute Sache rausgesucht Und zwar ist es auch so, dass wir hier eine Spielerfalle Ähm, nicht nur Spielerfalle, sondern Ihr schrottet damit eure ganze Welt Also, wer sich nicht nur Pokémon-Pots auskennt oder so, wie ihr mitbeziert Dann ist diese Welt verloren, ohne dass wir die Glösch-Tange mit Knützer machen Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir legen los und ich zeig euch, was ich mit meinen So, da sind wir auch schon in unserer schönen Welt Ähm, wir haben jetzt zwei Kommand-Blocks Im unteren Kommand-Block ist Phil-Renat-Nalt-1 und dann nochmal eins Dann Minecraft-Stone, also über diesen Block wird ein Stone gesetzt Darüber ist ein Redstone-Block und ja, unter diesem Kommand-Block also wird auch hier Und ja, wenn wir jetzt überpowern, seht ihr wie schnell das ist Wenn wir jetzt das schreiben, guck mal wie schnell das weg ist, guckt euch das an Sofort weg Sofort weg Und zu demonstrieren, was jetzt passiert Ähm, macht es euch einen Test, zum Beispiel Say... Hm... 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 Bei freilichen Weihnachten ist grad fröhliche Weihnachten zum Beispiel Zum Beispiel ist es einfach fröhliche Weihnachten Guck das an Guckt euch das an, wie schnell das weg ist So schnell ist diese Glock Das ist die schnellste Glock EVER Und ja mit dieser Glock kann man jetzt sehr sehr heftige Sachen machen. Und darunter zählt auch die komplette Map hier zur Steuern. Japp. Also wir haben hier die Glock und jetzt, gut, ich hab eins gedrückt, wir können jetzt mal reingehen und jetzt hier mal reingeben, slash kill at a, also wir alle. Und jetzt wird die Map gelöscht. Wir können nicht mehr machen, gar nichts mehr, seht ihr gar nichts mehr, also wir werden direkt gekühlt, seht ihr gar nichts mehr. Wir können es ja machen, wir können auch hier ein Hauptmenü gehen und wir reingehen, es geht nicht mehr aus Hauptmenü, weil ich so voll bin, aber ihr seht, das ist damit meine, also das ist schon. Joa, die ganze Map zerstört. Also man könnte irgendwie mit MC Edit irgendwie den Chunk irgendwie rausladen oder so. Spawn Chunks oder so. Dann hätte man wieder oder Command Blöcke zerstören, die auf dem Server packen, wo Command Blöcke auch sind oder so. Ein paar Möglichkeiten, aber wer sich da jetzt nicht mit ausgehängt, sondern Ticker irgendwie die, oder Depp ist, ne Pappnase ist oder so und der sich gar nicht, sondern denkt, wie Entzieht ihr loswurzeln, ey, für ihn ist diese Map hier endgültig weg. Ja, also easy, jetzt geht nichts mehr, also wir können nichts mehr machen. Ähm, joa, gar nichts mehr. Oh, sehr scharf. Joa, gut, das ist ja gewesen von Putin, Türchen des Minecraft Events Kalenders, ähm, es war ein bisschen sinnloses jetzt, aber ihr guckt mit eurem App frotten, ohne sich zu löschen. Joa, wenn ich dir gefallen hat, an das Ende positive Bewertung da, wenn ihr kein Türchen mehr des Erwärtsgrenzer passen wollt, äh, lasst ein Abo da, das ist ja getauscht, also lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Arbeitspländern wollt, und lasst ein Like da, dann sehe ich, dass ihr daran Interess habt. Gut, und ich sage, tschüss.